nein bin ich nicht ja so ich habe meine waffe komplett aus doch mal so das ist der gegner da ist ein gegner vor dir jetzt wird der zusammengetreten so ein penner da hat er dich wohl begrabbelt das darf nur ich dreh dich mal um du bist volles alien nein bin ich nicht ich drehe mich um was macht der alien da mit dir hey weg da das meine merke ich mir die ausrede werde ich nix mal auch machen wenn irgendein alien an mir am gange ist ich dachte es wärst du herrlich genau kugel holen ist sie genau unter mir oder was sie ist vor mir soll ich sie holen ich habe so karte ich habe markiert und ich hole mir war geht ab läuft wieder bei uns na gut dass du aufnimmst ja der war wirklich so vor mir dann mit seiner knarre rum und weil er mich nicht angegriffen hat dachte ich echt dass ich verkleidet als alien um dich zu begrabbeln es kann das mache ich auch ohne alien mich zu verkleiden das kann ich auch ohne mit heißen ja 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 ja